Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial in der Unreal Engine 5. Heute schauen wir uns an, wie wir eine Blueprint-Kommunikation mit einem Cast-2-Node machen, aber mit dem Cast-2-Class-Node, also nicht mit dem Blueprint. Nach diesem Schluck machen wir weiter. Also, wir sind wieder im Third-Person-Template und wir wollen folgendes, wir wollen erstmal den Third-Person-Character. Content erstmal, ich muss hier immer den Third-Person-Character rausholen. So, da haben wir ihn schon. Geben hier erst einmal ein Process, Auto-Process-Player und Receive-Input. Ja, Player 0. So, speichern, Play, okay, wir können kontrollieren. So, wir wollen einen anderen Actor erstellen, dazu gehen wir hier auf Basic, gehen auf Cube, ja, und klicken hier drauf, Convert Selection to Blueprint, gehen hier auf Actor, Harvest Component und BP-Wert, BP-Container, ja, ist nicht egal, wie ihr die nennt, und dann gehen auf Select. So, jetzt haben wir hier einen Blueprint erstellt, ja, genau, und diesen Blueprint, da wollen wir jetzt einen Wert speichern, ja, da gehen wir drauf, gehen hier auf Event Graph, hier unten links Variable und gehen auf, ja, Lebens, Lebenspunkte, Lebenspunkte. Und der Typ soll Integer sein. Compile, jetzt haben wir hier einen Wert, den wir eintragen können, 1200. So, wir haben ja im letzten Video gehabt, dass wir Cast-to-Notes erstellen können, aber wir brauchen auf jeden Fall Objekte für die Cast-to-Notes. Zum Beispiel, in dem Fall beim Character kann man Get-Player-Character nehmen als Objekt, oder bei Actors nennt man eher Get-All-Actors oder Get-Actors, oder man erstellt eine direkte Referenz, ja, weil Cast-to zu einem Actor ist nicht möglich, sofern man kein Objekt hat. Zum Beispiel bei Line-Traces oder bei Spawns gibt es ein Objekt, aber bei normalen Keyboard-Events habt ihr kein Objekt, ja, den Objekt braucht ihr. Und wenn ihr eine direkte Referenz und Cast-to nutzt, ist es doppelt gemobbt, da könnt ihr direkt eine Direktreferenz nehmen. So, soviel zur Theorie. Jetzt haben wir aber einen Cast-to-Note, der ist anders, der ist von der Klassenreferenz. Wie ihr wisst, ist Unreal Engine eine objektorientierte, basiert auf einer objektorientierten Programmierung. Das heißt, wir haben Klassen und diese Klassen werden mit Werten gefüttert und die werden dann zu quasi Objekten. Zum Beispiel hat man eine Klasse Auto, ja, und dieses Auto kann Marke haben, kann verschiedene, ja, Größen, Motor-Type oder Reifen-Type, verschiedene Logos und diese Klasse ist das Auto und die Objekte sind quasi die ausgefüllten einzelnen Instanzen. Ah, wir können ja hier zum Beispiel, wenn wir auf BP-Container sind, ja, hier oben könnt ihr, seht ihr, was Class-Defense und Class-Settings ist. Wenn ihr auf Class-Settings geht, seht ihr, was der Parent-Class ist. Also, was ist die, was ist die Klasse irgendwie, das ist ganz inhärent, das ist ein Actor-Class. Actors sind alles, was man in Levels quasi platzieren kann. Und hier haben wir noch Class-Defaults. Hier im Class-Defaults, ja, können wir alle Daten jeweils anpassen oder verändern. Hier zum Beispiel haben wir Lebenspunkte. Und in den Class-Defaults findet ihr irgendwo unten Lebenspunkte. Wo sind Lebenspunkte? Lebenspunkte, ja, hier oben. Ganz oben Lebenspunkte, also 1200. So, wir wollen auf diesen Bereich hier zugreifen, zu den Class-Defaults, ja. Und das können wir mit einer speziellen Note machen, Cast-To-Note, aber mit der Class-Reference. Also, wir wollen mit dieser, über diese Blueprint, Charakter-Blueprint, auf diese Punkte zugreifen, mit diesem Note. Also, klicken wir hier einmal drauf, STRG-B, dann springen wir direkt hier in der Hierarchie zu Charakter-Blueprint. Und, äh, rechte Maustaste und machen erstmal ein 1-Keyboard-Event, ja. 1-Keyboard. So. Ihr wisst, wie das geht. Cast-To und oben links steht BP-Container. BP-Container. Jetzt haben wir hier zwei unterschiedliche... Wir hatten vorher immer das besprochen, Cast-To-BP-Container. Objektreferenzen. Hier haben wir jetzt Cast-To-BP-Container-Class, ja. Jetzt sprechen wir die Klasse an. Also, nicht das Objekt, sondern die Klasse. Und in den Klassen, äh, wie ihr wisst, äh, gibt's, äh, Default, äh, die Werte. Und diese Werte wollen wir jetzt auslesen. Jetzt, wenn wir das direkt rauslesen wollen, zum Beispiel hier ist die Lebenspunkte, und hier den Pin rausziehen und schreiben Lebenspunkte, dann sehen wir nichts. Also, wir müssen vorher auf, darauf zugreifen, damit dieses Menü aufgeht, ja. Tick. So, also, schreiben wir einfach mal hin, Class-Defaults. Und dann steht hier auch Get-Class-Defaults. Da seht ihr es schon, ja, das ist, äh, direkt gepinnt, ja. Und jetzt könnt ihr alle Werte, die hier drin stehen, einfach anpinnen und rauslesen, ja. Braucht ihr aber nicht, ihr braucht im Moment nur Lebenspunkte. So, Lebenspunkte, und das geben wir jetzt mal aus. Print String. Und Lebenspunkte. So, ihr seht, ihr braucht hier keine Objekte, sondern eine Klasse. Und die Klasse müssen wir ja hier einstellen, das ist dann BP-Container, ja. Container, ah, da warst du eben gerade. So, BP-Container. So, also wir brauchen hier keine Objektreferenz, weil wir direkt diese Klasse ansprechen, ja. Es ist ja kein Objekt, keine Instanz, sondern die Klasse. So, die Klasse direkt angesprochen. Jetzt, ähm, Compile nicht vergessen, gehen auf die drei Punkte und New Editor Window. Schauen wir mal. Und drauf. So, jetzt kommunizieren wir, äh, und drücken die Mauer, die 1. Und wird es funktionieren? Ja. Da seht ihr schon, 1200. Also, wir haben mit der Charakterklasse, quasi den Actor, mit dem Class, äh, Cast2Node angesprochen, ja. Und die Werte quasi rausgelesen. So, das ist eine weitere Möglichkeit, wie ihr Blueprint-Kommunikation machen könnt, ja. Ihr könnt, äh, Werte auslesen. Ihr könnt unter anderem, ähm, ob es hidden in game ist, ja. Ihr könnt sagen, äh, ob es, äh, ob es versteckt sein soll oder nicht, ja. Oder diverse andere Class, äh, Werte. So, das war's für heute. Wenn ihr früh, äh, Rückfragen habt, bitte in die Kommentare. Äh, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Like-Button. Äh, und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.